Am 9. November 1989 gab Gunter Schabowski, der Sekretär für Informationswesen der DDR, eine neue Regelung für Reisen bekannt. Da niemand ihm etwas vorher darüber sagte und er nur ein Zettelchen voller Informationen hatte, redete er sich um Kopf und Kragen. Durch diese Bekanntgabe riss er versehentlich die Berliner Mauer ab. Weil wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht durch einen befreundeten Staat, was auch für die Stadt auch nicht einfach ist, und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzenübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Bitte? Ab sofort? Also, Genossen, mir ist es hier mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen, Pass- und Meldewesen der VPKA, Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Wiese zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen, damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß nicht. Die Testpässe müssen, ja also damit jede im Besitz seines Passes überhaupt ist, müssen sie ja ausgegeben werden. Wir wollten ja aber sicherlich... Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Und wir sprechen verkündigون, dass alle Bere